Hallo, im heutigen Video geht es um den Austausch optischer Laufwerke in Ihrem Notebook. Mein Name ist Kurt Wohlschläger, ein Mitarbeiter bei IPC Computer. Ich möchte Ihnen unseren DVD-Blu-ray-Brenner vorstellen, mit dem Sie Ihr optisches Laufwerk austauschen oder ersetzen können. Sie können damit alle optischen Laufwerke CD oder DVD mit SATA-Anschluss ersetzen. Die Laufwerke sind Plug-and-Play fähig, werden also vom Betriebssystem automatisch erkannt und eingebunden. Es werden keine Extra-Treifer benötigt. Der Unterschied zum normalen Laufwerk besteht darin, dass ein Blu-ray-Laufwerk zwei Laser hat. Einen für Blu-ray und einen für die normale DVD. Ein Blu-ray-Brenner bringt Ihnen ab Windows 7 mit den Betriebssystemeigenen Bausteinen, also ohne Zusatzsoftware, einen deutlichen Vorteil für Ihre Datensicherung. Eine Blu-ray speichert 25 GB Daten, das entspricht fünf normalen DVDs. Um Filme von einer Blu-ray abspielen zu können, benötigen Sie geeignete Abspielsoftware, zum Beispiel von Cyberlink oder Nero. Mit dem kostenlosen Tool BD und 3D Advisor von Cyberlink, einen Link haben wir in der Videobeschreibung, können Sie vorab testen, ob Ihr Notebook für den Betrieb von Blu-rays geeignet ist bzw. genug Leistung hat. Bei der Bestellung sollten Sie darauf achten, dass die Laufwerke mit einer universalen Blende geliefert werden, die Sie gegen die in Ihrem Notebook Verwendete austauschen. Diese Schritte erklärt einer unserer Techniker in einem separaten Video, das wir in der Videobeschreibung verlinken werden. Sie finden den Brenner in unserem Shop IPC Computer. Wir freuen uns über Ihre Bestellung.